Hallo, hier ist der Lieblingsanischlein, und komm mir von Internet. Mein eigener Fähler ist ein Vulkan von mir von Friedrich. Dann kann man eine Säge und Anmerke bei gemeldet werden, die man automatisch anlegt. Und dann sehr gut online gehen. Ja, war's, und wenn ihr noch mehr gekostet habt, abonniert meinen Kanal und abonniert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.